hey leute und herzlich willkommen zurück zu let's play ww ja wir haben in der letzten folge eine kampagne abgeschlossen die kriegskampagne haben einen neuen begleiter bekommen haben der allianz mal gezeigt wo der hammer hängt und jetzt habe ich mich auf den weg gemacht zum nächsten questgeber wo ist das hier hier ich bin schlimmer alleine fast dahin geritten weil es braucht das waren fast fünf minuten das werden wir aufnahme zeit die verschwendet war deswegen sind wir jetzt hier tierführern ist tot wie niedlich findet jemand in kriegs der sich ist das niedlich oder von bauern foto moment sagen wir setzen uns mal hin und tag so tag auf mountain wo soll man nicht hinbringen da ein ok dann komm mal mit wir finden schon neues zu hause für dich terrorhorn jungtier das hier lang ich kenne mich noch nicht aus alles so neu hier ihr müsst zu dieser horde gehören von denen sie schon so viel gehört haben habe ein terror jungtier das dürfte interessieren geht geht durch ok so erst machen wir uns den flugpunkt bevor wir irgendwas machen so lange noch das jungtier haben lassen uns bestimmt durch holen wir uns erstmal den flugpunkt ist hier oben jetzt können wir hier runter springen was doof war weil die aufgabe da oben war man 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 ok habe ich gerade gar nicht aufgehören müssen da weiter das war ich so schlecht gerade ne so seid ihr horde fremdling von denen was sie so ein bisschen größer sein reicht doch füttert das euer junge ist so was noch mal hier machen euch sollen was man das können wir erst machen ich habe kein ziel ja hier doch böses ding achso so jetzt hat es gegessen schön gut dann füttern wir ja mal weiter markieren hier ist ein kraut also hier ist glaube ich sind wir so ein kleines jägerdorf dass die dinosaurier zählen vielleicht das könnte natürlich sein so wird in der lang und ich lass mich mal in ruhe ich muss zuerst etwas anvisieren alle händen wird nicht geschlafen ich brauche ein ziel wird nicht geschlafen ich sage es immer wieder wir haben keine zeit zum schlafen los kommt er ja gilt euch ich habe ich sehr schön unsere taschen werden langsam echt voll auch gleich an das kleine greift ich muss erst etwas anvisieren ich habe kein ziel so hier gibt es wieder was zu essen sehr schön jetzt müssen wir nur unsere jugendtier füttern da oben schaffe ich es nicht hin da vorne ist noch ein bisschen was schnell laufen hier ist auch noch was so 84 prozent wie viel ist denn so ein kleiner dino aufmauern und das letzte jetzt müsste es aber auch satt sein nach nehmen halt noch ein anderes wenn ich das nicht mehr will so sehr schön abgeschlossen die aufgabe wenn wir mal schnell aufmauern und abgeben da war irgendwas aber wenn wir wahrscheinlich noch mal hinkommen unser tier unser kleines sehr schön dieser regen ätzend regnet schon die ganze zeit ist mir aufgefallen so man gucken wir mal unter er ist schon wieder da eine so was haben wir denn hier schmuckstück gerade auch wir ja schon tempo und aber das mal mit unterstützt eure jungte in kampf gegen zwölf der touren zeit ist geld so erledigen wir das da vorne weg entlang wenn man den kleinen ist mal ein bisschen kämpfen beibringen hier ist noch ein kraut am baum das werden wir natürlich aus näher heran diese alle dungeons laufen ohne ende können wir uns eigentlich auch mal nächste folge nochmal anmelden in einer dungeon oh hier gibt es auch noch aufgaben gibt es sogar noch aufgaben gesucht braucht ihr schutz unser königreich erobert keiner da bin ich mir noch nicht ganz so sicher so gucken wir mal so das ist okay dann müssen wir machen ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel ich bin außer reichweite so da wollen wir den eintreten bei denen jetzt erst markieren können und dann zählt er auch ich muss zuerst etwas anvisieren ja das ist okay so dann gucken wir mal zack und anvisieren ich habe echt ganz vergessen ich bin ganz vergessen mal echt eine instanz dazwischen zu legen ne ich brauche ein ziel das habe ich total verpeilt dass wir mal ab und zu mal eine instanz auch zwischendurch machen können ich bin jetzt echt total ehrlich nach der vollkommene instanz wir haben ja schon zwei gesehen ich weiß gar nicht auf ende eine nächste ich brauche ein ziel was ist denn hier zeigt mal her gut ein da hier der tiefen puff doch da waren wir schon drin eine war man noch nicht drin ich weiß es aber gerade gar nicht in welche aber wir melden uns in der nächsten fall einfach mal zu einer an und gucken was passiert wo wir da hinkommen markieren das müssen auch für sie hier an ist das wollte ich an ich muss zuerst etwas anvisieren so dichter oben müssen wir besiegen mich wundert dass echt nicht viele leute derzeit festen wo wir sind wir sind bestimmt alle direkt durch gewascht hier durchs addon das macht mir echt keinen spaß wenn ich so lese in fünf stunden level 120 und sechs stunden acht stunden naja das sind auch die leute die dann bald irgendwann sagen ich habe nichts mehr zu tun ich habe keine zeit und bla und blob mein equip ist noch nicht gut ach aber bisher hat man jeden addon auch wenn man später auch wenn man mal pausen eingehen man kann immer hinterher auch mit den equip wenn ich sowas immer höre da geht mir die hutschnur hoch ihr wisst bestimmt was ich meine ja gut manche wollen sofort reden super war ein ist okay aber das ist nicht so meiner mein job früher vielleicht aber mittlerweile spiele ein paar andere spiele ich musste erst etwas anvisieren also wir werden es genießen das addon und das heißt auch nicht dass wir nur bis level 110 äh 120 mit dem hier questen wir werden natürlich den auch dann equipten das werdet ihr auch sehen wahrscheinlich paar auf berufe wärmer 1 erfolge rates das ist zu weit entfernt ihr wisst was ich meine ne so davon ist mein ernst das holen wir uns wir werden wahrscheinlich auch mit dem raiden gehen aber da muss ich erstmal damit dazu müssen uns equipt mich gar nicht meine alte gilde fragen ob ich wieder mit kann wenn wir schlecht equipt sind da müssen wir noch mal ein bisschen gucken ich habe kein ziel ich musste erst etwas anvisieren so jetzt muss aber mal langsam gut sein wie viel brauchen wir denn noch noch ein den haben wir schon gekillt noch ein das brauchen wir wo ist denn hier was da oben dann gehen wir schnell zu denen das ist einfach so frech an das ist doch noch ein riesenfluss fertig werde ja nicht mehr so ein bisschen kraut noch sehr schön so wo ist denn der gesuchte der ist aber für drei eigentlich empfohlen aber das kriegen wir bestimmt auch hin mal gucken wo der ist das testen wir mal hier ist eine kiste eine kiste holen wir uns kriegsvorräte wer du machst du jetzt erstes auf super haben wir noch bekommen sehr schön stufe 6 sind wir können wir da nicht bei uns im stufe 6 hier hier soll irgendwo sein da ist er doch oder genau dann nehmen wir da mal zack 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 schaffen wir auch alleine auch keinen dritten mann wozu bauen wir hier einen dritten mann wozu ein dritter mann ich brauche ein ziel ich habe kein ziel erledigt haben wir dich da ist auch noch ein erz das nehmen wir noch mit und dann würde ich sagen in der nächsten folge machen wir eine instanz ich sage euch bis dahin auf wiedersehen und danke fürs zuschauen und bis morgen in einer instanz wenn wir in eine reinkommen auf wiedersehen und tschüss bei bürger mp tschüss